Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 1 besiegenen Gegner mit hellen Anstoßen und Super Finisher. Wir machen weiter, worum wir aufgehört haben, nämlich jetzt mit zum Gohan ultimativen gegen Buu, der Gotenks absorbiert hat und Piccolo, die trägt so. Komisch, dass der Pink... Was für eine Farbe müsste eigentlich kommen, wenn es nicht Pink und Grün nix? Lila? Ne. Egal, eigentlich müsste das seine Farbe in. Ah ne, er ist noch Super Buu. Scheiße. Hehehe, was willst du? Du wirst mich beaten? Nein, ich werde dich töten. Ich bin nicht mehr für dich! Das ist so eine dumme Attacke, ohne Scheiß. Und verpisst dich so, Bubu. So, jetzt machen wir den kaputt. So. Wow. Wow, das sieht ja mal richtig cool aus. Sieht man ja selten bei Tenkai-shi. Eins, wenn du so. Eidol, du wirst nicht davon ausgehen. Ich werde dich sicher zu töten. Ja, eigentlich hat er mal was anderes gesagt. Auch wenn es nur ein, äh, zwei Worte war. So, Bubu. Oh, ist keine Sau. Dann müsste ich jetzt nochmal ultimative Gohan gegen... Ja. Okay. Überlebe. Oh. Meine Güte. Ich das hasse einfach noch. Ich hasse es einfach. Kommt aber, glaub, jetzt nur noch... Nicht mehr so oft auf jeden Fall vor. Egal. Ich weiß nicht. Ja. Ich weiß nicht. Das Moment wird nie wieder passieren. Ich weiß nicht. Du bist auf dem Herbst. Das Mordetische Marzen-Boo! Das war ein schrecklich. Ich weiß nicht. So, das ist, warum du es getan hast. Keine Fresse, boh, das muss man auch gesagt. Kein Dragon Ball. Oh, fuck, das habe ich gar nicht gesehen. Aber er kann mich schlagen, ist klar. Nö, kein Dragon Ball. Das ist ja schade. Tart, I'll kill you next time for sure. Hey, zum Beispiel, Boobie, der holt sich zu oft ohne Witz, ohne Witz. Egal, jetzt kommt Super Vigito. Eigentlich ist die Buhlsager gehabt demnix fertig. Viel kommt dann nämlich nicht mehr. Super Vigito? Ich bin Super Vigito. So, was ist denn so? Bevorstell dich, du bist fertig. Aber mir fällt ein, das Spiel ist echt nur für Fans gemacht, man erfährt nämlich gar nix. Wer ist Super Vigito? Was erfährt man? Egal. Gucken wir mal, was Super Vigito hat. Dann ist das andere Kammer mehr auf. Und da ist das andere Beam-Shirt. Aber wir suchen nach dem Dragon Ball mal. Das ist ja langweilig. Der ist ja gleich beim nächsten Schlag tot. Aber ich find halt wieder kein Dragon Ball. Nö. Kein Dragon Ball, find ich. Nö. Der spammt auch aber aufs übelste gerade rum, ist ja nicht normal. Äh, scheiße. Ich dachte eigentlich, er speeded hin. Dammit. Ach ja, fuck. Manche Bullen halten sich ja. Boah, das ist so bitter. Kann ich auch. Das war ein dummer Hund. So, jetzt aber. Komm, triff, 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 triff. Ja, geht doch. Stirb. Dummer Hund. Ich werde dich töten, egal was. Ich will mal wissen, wann mal das Spiel kommt, als einmal ein Dragon Ball Spiel, wo ich echt boh als Schokobombom fertig machen kann. Das ist so geil. Das ist das Beste in der ganzen, als in dem ganzen Kampf. Aber durch kommt nie vor, bin ich voll traurig. So, was ist der nächste Kampf? Dreifacher Super Saiyan gegen Bu. Überlebe. Jetzt kommt Kopp. Mindestens dreimal überlebe und dann einmal normaler Son Goku gegen Bu, wo ich dann Gengidama machen muss. Bestimmt. Okay. I've got to go all out right from the start. If we lose now, the universe is finished. You know something? You really are a freaky g- You are really freaky. Also, ich werde diesmal abhauen, weil Kid Bu ist echt nicht zum Spaß. Aber ich weiß, was ich mache. Ich versuche einmal Super Kammer zu machen, um das Anvisieren von ihm zu entfernen. Und dann verstecke ich mich. Mist. Hat mich sofort wieder gesehen. So. Jetzt aber. Ich mach das! Eigentlich dürfte er mich hinter dem Baum nicht sehen. Ha, er sieht mich nicht. Ist ja geil. Er sieht mich wirklich nicht. Ok jetzt hat er mich wieder gesehen, aber jetzt habe ich eigentlich eh schon so gut wie gewonnen. Habt ihr gehört wie er gekommen ist? So ein dummer Dialoge von dem Typen. So jetzt kommt bestimmt Fettaboo. Uh ne wie geht er erstmal. Überlebe wollen wir. Wie geil wie richtig geil das ist einfach nur. Oh ne jetzt. Oh ne witzig. 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 Ja man. Oh 120 Sekunden. Tsch. 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 das andere fall noch so jetzt ich finde es immer so lustig wenn die das ablocken können klappt dann verstecke ich mich in den baum das ist so scheiße überleben hasse ich wie die peste ohne witz es macht keinen spaß es ist doch entweder haue ich ab wie eine pussy die ganze zeit und ich krieg erst das maul betöten kann er überhaupt bei denen kann ich nicht mal töten weil er verdammt noch mal sein leben sich die ganze zeit reguliert das ist doch einfach so dumm gott sei dank haben die das nachthänkerste 1 entfernt also mindestens so ein dummes überleben weil bei Tinkershi zahlkanz die Typen trotzdem noch richtig verdreschen aus sich stellt natürlich auf einfach so könnte ich das nämlich auch machen ich will nicht von schwer weggehen das macht ja gar keinen Spaß mehr das macht wieder so super Boah, Alter, war das knapp Ich bin einer, der raucht, wenn ich recht wüten würde Ich weiß auch nicht, wieso Ich glaube, Langweile und Wut ist das, was mich meistens so bringt, zu rauchen Wobei es Langweile eigentlich eher selten ist Wobei, wenn ich was trinke, ist das sowieso eine ganz andere Sache Manchmal habe ich auch echt das Gefühl, dass ein Kippen echt erfunden worden sind Weil ich tut mal eine Giftsache rein Nö, mir haut dann auch eine rein Ja, ja, ja Ja, jetzt natürlich muss der Baum nur im Weg sein Ja, komm, ist klar Ohne Witz Jetzt ist der auch noch stärker Ja, ist klar Triff einfach weg, jeder, triff Triff verdammt doch mal Oh, ich bin zu weit gesprungen Okay, jetzt versuche ich es einfach so Okay Vielleicht kriege ich das gerade noch so hin Wow Dusel Alter, wieso lädt sich? Wie geht das so kacke? Nein Du Homo Ich hasse es einfach Ich hasse es einfach Das sind so Spielpassaden Äh, Phasen Wo ich einfach nur kotzen könnte Weil es einfach nur dumm ist Einfach nur dumm Ich glaube, ich bin noch kein einziges Mal verrückt, wenn es nicht überleben war Dabei ließ es vor, so gut Ist klar, dass er mich jetzt trifft Ja, was war denn das jetzt? Wieso ist der kleine Piss eigentlich immer schneller als ich? Ich wollte gerade sagen Das wollte ich gar nicht Jetzt komm, fahr zur Hölle ohne Scheiß Du gehst mir voll auf den Sack Ist klar, ist klar Oh, ne Scheiß Mein Gott, ey Ich glaube, der sieht mich jetzt gerade nicht Ja, ist klar Wie hat er mich denn sofort gesehen? Ja, Idiot Einfach nur dumm, einfach Einfach nur dumm Ja, aber ich meinte mich jetzt gerade eigentlich damit Wieso habe ich schon wieder die Explosionswelle gemacht? Ist das dümmste, was man machen kann Aber ich schaff's Du Pisser Ich hab's geschafft Ja Oh, oh, oh Ich mach dafür jetzt nicht schon wieder das Hetze aus Weil du sowieso nur scheiße lagerst Und behinderter Bastard Ohne Witz Und jetzt kommt Fettabu Kommt, jetzt kommt Fettabu Mir egal, wie lang der Part wird Oder? Oh, ne, sind Na, ok, ne, ne, scheiß, ok Ich beende den Part Nein Mr. Sato tue ich mir jetzt nicht an Das mach ich morgen Also vielen Dank fürs Zuschauen Und ciao Oh